Die Preisbewegung im Bitcoin sowie im restlichen Kryptomarkt hält sich auch zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin stark in Grenzen. Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf diese Thematik und schauen uns ebenfalls auch an, was in der aktuellen Woche den Markt möglicherweise befeuern könnte. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video Bitcoin, Krypto und auch Wirtschaft aktuell. Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video schauen wir uns vor allem an, was in der aktuellen Woche noch so auf uns wartet. Daher reden wir gar nicht lange um den heißen Brei. Lasst gerne Bewertungen und Kommentare, um mich in meiner Arbeit zu unterstützen. Danke für den Support Freunde, wir springen auf die erste Folie. Ja, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch, dann zieht der Bitcoin bei knapp über 30.000 US-Dollar. Dabei könnte es bald stärker in die ein oder andere Richtung gehen. Hinweis dafür geben uns die Bollinger Bands. Das ist nicht von mir so, dass ich euch immer wieder sage, Freunde Volatilität steht kurz bevor. Nein, auch Glassnode Analysen weisen darauf hin, dass es bald eine massive Bewegung geben könnte. Die Bollinger Bands sind hierbei gerade auf dem 20er-Tagesdurchschnitt auf ein extrem enges Niveau zurückgegangen, was eben einfach nur historisch gesehen ein Hinweis dafür ist, dass die Volatilität kurz bevor sein könnte. Muss sie nicht, könnte sie aber. Hier im Hintergrund könnt ihr euch ja von der aktuellen Thematik selber ein Bild machen. Hier in Blau und in Orange bzw. Rot ist angezeigt, wann es eben Impulsbewegungen gab, nachdem wir auf dieses Niveau in den Bollinger Bands zurückgefallen sind. Und dementsprechend sieht es so aus, als könnte es bald mal wieder Bewegung geben. Ob es diese Woche sein wird oder nächste, das steht selbstverständlich in den Sternen. Was ebenfalls in den Sternen steht, ist, wie viele von den 7,77 Millionen Bitcoin, die schon länger nicht mehr bewegt wurden, tatsächlich verloren gegangen sind oder einfach nur von starken Händen gehalten werden. Ja, ihr habt es richtig gehört. Knapp 7,77 Millionen Bitcoin fallen unter die Lost-Coin-Metrik von Glassnode. Diese deutet darauf hin, dass eben diese beachtliche Menge an BTC, die sich auf über 233 Milliarden US-Dollar beläuft, seit längerem nicht mehr bewegt wurden und daher Hinweise darauf gibt, dass diese BTC entweder verloren gegangen sind oder sie faktisch einfach schon lange nicht mehr bewegt wurden. Dementsprechend sehen wir auf jeden Fall, in welche Richtung das Ganze tendiert. Gerade über einen längeren Zeithorizont sehen wir, dass die natürliche Bitcoin-Menge einfach immer weniger wird, denn die Obergrenze von knapp 21 Millionen ist eben gecappt. Das wird auf jeden Fall nicht mehr. Die BTC bzw. Satoshis, die allerdings auf dem Weg dahin verloren gehen, sind auf der anderen Seite natürlich dennoch weitergegeben, auch wenn wir irgendwann den letzten Satoshi gemeint haben. So gibt es zum aktuellen Zeitpunkt viele Schätzungen, die darauf hindeuten, dass knapp 20 Prozent der maximal 21 Millionen BTC bereits jetzt schon verloren gegangen sind. Logisch, teilweise hat Bitcoin damals einen Cent oder zwei Cent gekostet. Da war es einem nicht so wichtig, wenn man 100 oder 1000 Bitcoin verloren hat. Heute ergern sich, glaube ich, alle. Bei denen genau das vor knapp 13 Jahren passiert ist. Doch wir kommen von Bitcoin mal auf den gesamten Kryptomarkt zu sprechen. Gerade die Volatilität in der vergangenen Woche war natürlich ausgelöst, aufgrund von einigen Aussagen der Richterin in Bezug auf den Ripple SEC. Ich möchte die Gesamtthematik jetzt nicht noch einmal wieder aufrollen, doch ein wichtiger Hinweis, den sollten wir eben nicht aus dem Fokus verlieren. Und das ist tatsächlich der Rückschlag der SEC. Ich habe ja in den letzten Tagen schon betont, dass ich davon ausgehe, dass es möglicherweise nicht so lange dauern wird, bis die SEC sich das hier offiziell nicht gefallen lässt und eben weiter vor Gericht zieht. Wir sehen eben, dass in einigen Fällen der XRP-Toker ein Wertpapier ist, in anderen Fällen nicht. Eine klare Definition fehlt auch aktuell weiter und Brad Garlinghouse ist der Meinung, dass das Ganze tatsächlich auch noch so weitergehen könnte. So betont er unter anderem, dass die Berufung, die die SEC hier möglicherweise in Bezug auf das Urteil eingehen könnte, auch noch etwas länger auf sich warten lassen könnte. Er selber betonte unter anderem, aus rechtlicher Sicht gilt derzeit, dass XRP kein Wertpapier ist, bis die SEC die Möglichkeit hat, Berufung einzulegen, was Jahre dauern würde. Wir sind ehrlich gesagt sehr optimistisch. Er geht also nicht davon aus, dass die SEC so schnell zu einem Rückschlag kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde euch selbstverständlich darüber auf dem Laufenden halten. Dass es ein Rückschlag für die SEC in der vergangenen Woche war, das ist definitiv festzuhalten, weshalb sie sich möglicherweise jetzt auch richtig rüsten, bevor sie den nächsten Rechtsstreit anfangen bzw. hier weitermachen. Besonders interessant für diese Entwicklung aber natürlich auch hinsichtlich der Anklagen in Bezug auf Coinbase. Hier hatten sie ja vorgeworfen, nicht registrierte Wertpapiere verkauft zu haben. Wenn dieser Verkauf allerdings jetzt nicht nach dem Wertpapiergesetz geahndet wird, bleibt es spannend, wie diese Anklagen hier ausgehen. Und das ist eben ein Prozess, den wir nicht erst in zwei, drei Jahren sehen. Zumindest bleibt das zu hoffen. Brett Gardinghouse, also der CEO von Ripple, warf der SEC übrigens auch vor, wie ein Tyrann in der Krypto-Szene umherzugehen und das Ganze auch so durchzuführen, dass sich die Krypto-Industrie keine vernünftige Verteidigung aufbauen kann. Ebenfalls wies ich ja auch darauf hin, was die Klage gegen Ripple hier für eine starke Unsicherheit im gesamten Krypto-Space verbreitet hat. Und das ist natürlich auch jetzt möglicherweise der Kritikpunkt. Wenn die SEC sich natürlich jetzt lange Zeit lässt, um hier möglicherweise den Fall weiter unter die Lupe zu nehmen beziehungsweise in Revision zu gehen, dann könnte es auch sein, dass diese Unsicherheit auch weiterhin vorherrscht. Klar, viele Exchanges haben jetzt wieder die verschiedenen Token gelistet, doch gerade der Initialverkauf der Token bleibt hierbei natürlich teilweise ein größeres Fragezeichen. Diese Unsicherheit kann natürlich auch die Adoption und das Wachstum in den USA einschränken, auch wenn die Unternehmen selber, so wie Ripple beispielsweise, natürlich im Hintergrund weiter massiv arbeiten werden. Laut Brad Garlinghouse hat die SEC einfach Verwirrung auf den Märkten gesät. Sie wussten, dass es Verwirrung gab und sie taten tatsächlich Dinge, von denen sie wussten, dass sie die Verwirrung verstärken würden. Ebenfalls betonte er auch, dass die SEC diese Verwirrung als getarnte Macht verwenden würde, um die Innovation in den USA zu verhindern beziehungsweise zu ersticken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben ja auch noch Konterklagen von Coinbase gegen die SEC. Wie das am Ende ausgeht, bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Abschließend betonte Brad Garlinghouse noch, die SEC hat versucht, Macht und Politik über eine wirklich solide Politik zu stellen und klare Verhaltensregeln festzulegen. Er wies darauf hin, dass Unternehmen und Investoren es schwer haben, am Kryptomarkt und der Blockchain-Technologie teilzunehmen, vor allem wenn man eben in den USA ansässig ist. Wenn wir an dieser Stelle mal einen Blick auf den XRP-Token werfen, so sehen wir, auch hier gibt es tatsächlich ein relativ verhaltenes Verhalten. Der Token ist zwar nach dem Ausgehen der Klage in Anführungsstrichen massiv gepumpt, mehr als 100%, doch nun sehen wir, dass kurz nach der Euphorie tatsächlich wir weiter in eine Seitwärtsbewegung gegangen sind. Dabei gibt es allerdings einige Daten, die darauf hinweisen, dass sich die Wale aktuell die Tasche voll machen. Es gibt einige Indikatoren, die zeigen, dass vor allem große Wahltransaktionen beziehungsweise Wallets, die zwischen 100.000 und 10.000.000 XRP-Token halten, in den vergangenen Tagen massiv akkumuliert haben. Ist das möglicherweise die Vorbereitung? Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es hier weitere Bewegungen gibt. Genauso halte ich euch auch in Bezug auf Binance auf dem Laufenden. Und nein, wir reden jetzt nicht wieder über Binance an sich, sondern hierbei kurz über den BNB-Token. Dieser wird nämlich momentan massiv geshortet und massiv ist fast schon untertrieben. Die Perpetal Futures deuten darauf hin, dass die Anleger momentan bereit sind, massive Gebühren zu bezahlen, um ihre Short-Position aufrecht zu erhalten. BNB wird stark geshortet, betont unter anderem Hufhaus, Mitbegründer des Peer Protocols. Wenn wir uns mal aktuelle Daten anschauen, dann sehen wir, dass momentan ein quasi 200%iger effektiver Jahresfins für die nächste Finanzierungsperiode ansteht. Das letzte Mal, dass das offene Interesse im BNB-Token so hoch war, war im Dezember 2020, als der Preis bei 30 US-Dollar stand und die Wetten eher bullish waren. Wenn wir uns das Ganze in US-Dollar-Form anschauen, dann belief sich das offene Interesse damals auf knapp 50 Millionen US-Dollar. Heute sind es 400 Millionen US-Dollar. Und zwar eben 400 Millionen US-Dollar, die massiv den BNB-Token shorten. Interessanterweise konzentriert sich hierbei das offene Interesse nicht mehr ausschließlich auf Binance. Binance ist und war natürlich lange Zeit die dominierende Plattform. Nun sehen wir allerdings, dass auch andere Plattformen hier einen größeren Marktanteil dazu gewinnen, weil der Marktanteil von Binance eben rückläufig ist. Über alle Exchanges darüber hinaus wird momentan massiv der BNB-Token geschortet, was natürlich am Ende des Tages auch wieder dazu führen könnte, dass der Tokenwert stark ansteigt. Wenn nämlich ein Token massiv geschortet wird, der auf der anderen Seite dann allerdings ansteigt, werden eben die Short-Positionen irgendwann liquidiert. Und wenn sie liquidiert werden, müssen quasi die Leute, die den BNB-Token shorten, ihn kaufen. Genau das ist das Risiko, was man eben durch Leerverkäufe eingeht, vor allem wenn man, und das passiert eben oft im Kryptomarkt, hier einen höheren Hebel verwendet. Laut Screw wird es ab 265 US-Dollar richtig interessant, so betont er auf Twitter, BNB sieht schwach aus, solange der Preis unter 265 US-Dollar liegt. Wenn er wieder darüber liegt, könnte ich eine Erholung der liquiden Short-Deckung sehen. Andersfalls liegt er irgendwann unter dem monatlichen Spannentief von 118 US-Dollar. Das bleibt wirklich richtig interessant, denn natürlich, wenn die ersten Short-Positionen liquidiert wurden, befeuern sie den Kurs, dadurch steigt er an und noch mehr Short-Positionen werden liquidiert. Und wir reden hier über ein Volumen von 400 Millionen US-Dollar, also nicht wenig Geld, welches hier auf dem Spiel steht. Natürlich müssen nicht nur Binance eigene Entscheidungen und Bewegungen einen Effekt auf den Kurs haben. Es kann auch sein, dass wir in der Realwirtschaft möglicherweise einige Probleme oder Zusammenbrüche sehen und aufgrund dessen der Gesamt-Kryptomarkt unter Druck gerät. Aufgrund dessen schauen wir uns jetzt mal an, dass uns in der aktuellen Woche so viel Zahlen, Daten und Fakten erwarten. Unter anderem werden morgen um 14.30 Uhr beispielsweise die US-Einzelhandelsumsätze gemeldet. Gemeldet. Der Einzelhandel ist hierbei quasi der perfekte Indikator, um die Konsumlaune der Privathaushalte genauer unter die Lupe zu nehmen. Nach mehrfachen deutlichen Verfehlungen der Prognose sahen wir im Vormonat beispielsweise ein Wachstum um 0,3%, obwohl ein Rückgang um 0,1% erwartet war. Nun sind die Analysten tatsächlich eher auf die bullische Seite rübergegangen und erwarten ein Wachstum von knapp 0,5%. Sind die Schätzungen natürlich außerhalb der am Ende des Tages präsentierten Ergebnisse, könnte das Ganze natürlich entweder positiv oder negativ für den Markt werden. Im Vormonat sahen wir beispielsweise, dass die US-Aktienmärkte sowie auch der Kryptomarkt von den guten Einzelhandelsumsätzen profitieren konnten, weil es eben eine stabilere Wirtschaft suggestiert. Besonders im Nachteil ist dann natürlich der US-Dollar, denn der US-Dollar wird dann natürlich dazu verwendet, um Aktien und Co. zu kaufen. Schauen wir uns den US-Dollar mal zum aktuellen Zeitpunkt an, so können wir festhalten, dass er möglicherweise momentan aus dieser Seitwärtsbewegung nach unten hin ausbricht. Wenn es dem US-Dollar schlecht geht, ist es zumindest in der Regel so, dass es den Aktien- und Kryptomärkten eher gut geht. Und genau das sehen wir ja auch, die Aktien- und Kryptomärkte haben sich in den vergangenen Monaten übergeordnet extrem positiv entwickelt. Am Mittwoch um 11 Uhr sehen wir dann interessante Zahlen aus der Eurozone. Hierbei geht es vor allem um die finalen Inflationszahlen. Die Experten rechnen hierbei mit einem Rückgang auf 5,5%, nachdem im Vormonat 6,1% gemeldet wurden. Damit würde sich auch die europäische Inflation etwas näher der US-amerikanischen angleichen, auch wenn wir hier natürlich noch einen weiteren Weg vor uns haben. Auch die Inflationsdaten aus Europa könnten natürlich einen Effekt auf die breiten Finanzmärkte haben, wobei Europa meistens einen deutlich geringeren Effekt hat als der US-amerikanische Markt. Um 14.30 Uhr am selben Tag werden dann die Vorabschätzungen bezüglich der US-Baugenehmigung vor dem abgelaufenen Monat Juni präsentiert. Selbstverständlich sind Baugenehmigungen ein sehr, sehr wichtiger Indikator, vor allem eben für den gesamten Immobilienmarkt, der hierbei einen Großteil des gesamten Marktes einnimmt. Auch hierbei waren die gemeldeten Zahlen aus dem Vormonat tatsächlich etwas besser, als die Analysten gedacht hatten. Nun prognostizieren die Analysten einen marginalen Rückgang im Vergleich zum Vormonat von rund 1,496 Millionen im Mai auf 1,495 Millionen im Monat Juni. Bereits am Donnerstag gibt es dann noch interessante Daten in Bezug auf Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Selbstverständlich ist der Arbeitsmarkt ebenfalls, genauso wie der Immobilienmarkt, einer der wichtigsten Indikatoren für die gesamte US-Wirtschaft, weshalb hier die Zahlen noch besonders interessant werden. Erwartet werden hierbei 242.000 Neuanmeldungen, nachdem im Vormonat 237.000 gemeldet wurden. Man geht also von einem leichten, aber nur tatsächlich minimalen Wachstum aus. Um 16 Uhr werden aus den USA noch die Verkaufsdaten für Bestandsimmobilien verkauft. Ein weiterer, sehr wichtiger Immobilienindikator, der natürlich auch die Märkte in Zukunft beeinflussen könnte. Gegenüber dem Vormonat erwartet man auch hier einen leichten Rückgang. Zuletzt wurden 4,3 Millionen gemeldet, nun geht man von 4,23 Millionen aus. Abschließend geht es auch aktuell wieder in die Earnings-Saison, das heißt die Unternehmen melden ihre Gewinne oder vielleicht auch Verluste. Tendenziell allerdings eher Gewinne, da die aktuellen Wirtschaftsdaten der vergangenen Wochen und Monate tatsächlich richtig gut aussahen. Zudem haben die Unternehmen bereits schon am Anfang des Jahres ihre Gewinnerwartungen für das laufende Jahr reduziert. Trotzdem bleibt es natürlich spannend, denn alleine in der aktuellen Woche melden rund 10% der S&P 500 Unternehmen ihre Gewinne bzw. Umsätze. Hierbei sind auch einige große dabei. Wir reden über, gut das geht noch, Netflix, aber auch TSMC, IBM oder auch Tesla steht hier mit auf der Tabelle. Es könnte also spannend werden, natürlich halte ich euch auf dem Laufenden, falls es Ausreißerdaten in den verschiedensten Bereichen gibt. Um immer direkt mitzubekommen, was passiert, wenn der Markt sich schnell bewegt, könnt ihr mir natürlich auch super gerne kostenlos auf Twitter folgen. Ansonsten bringe ich natürlich auch alle wichtigen Zahlen, Daten, Fakten und Informationen in die täglichen Videos mit ein. Ich bedanke mich an dieser Stelle für den Support und die Unterstützung, Freunde. Wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao, ciao.